Ich werde verrückt ohne sie. Ich gehe in die Stadt und sage den Leuten, der große, böse Rolf pustet unser Haus weg. Vielleicht wollte sie nicht mehr warten. Bitte sag deiner Schwester, sie soll einfach nach Hause kommen. Hey, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen! Siehst du das an meiner Tür? Woher willst du das denn wissen? Ich hab's gesehen. In jeder gottverdammten Stadt gibt es jemanden, der sagt, er hätte etwas Unerklärliches gesehen. Mit vielen Dingen hast du recht, aber bei einer Sache liegst du falsch. Du reichst mir völlig aus, Abby. Ich bin mir nicht mal sicher, dass du es nicht bist. Bist du ein Werwolf oder sowas? Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020